Liebe Eltern, herzlich willkommen in der Europäischen Zentralbank. Dass ihr und die Maus heute hier seid, ist schon eine schöne Tradition. Wir machen es dieses Jahr bereits zum dritten Mal. Wir machen das immer sehr gerne. Denn wir sind alle hier, weil wir für Europa arbeiten und das wollten wir dir jetzt schenken. Dieses, ich liebe Europa, ich arbeite für Europa, das ist uns hier wichtig. Ja, die Grundführung war interessant. Ja, und wie sie uns alles erklärt haben. Wie sie uns erklärt haben, wie man falsch geht, unter richtigem Geld unterscheidet. Das Kurs am Anfang am besten gefallen bis jetzt. Schским Ausattung 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017